Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu diesem Kanal Trailer. Diesen Kanal Trailer habe ich im Rahmen eines Bewerbungsvideos für den Kanal des Monats von War Tutorials erstellt, in der Hoffnung, dass ich vielleicht genommen werde. Auf meinem Kanal findet ihr sehr viele Rülpsvideos. Das sind Videos, wo ich die ganze Zeit rülpse und nichts weiter. Aber ich mache auch noch so viele andere Sachen. Ich habe ein paar Challenges gemacht, Fortnite-Tänze nachgemacht, Lieder nachgesungen. Also der Kanal ist schon eigentlich sehr vielfältig, aber eine Konstante gibt es. Es gibt fast gar kein Video auf diesem Kanal, wo ich nicht rülpse. Um euch zu beweisen, dass ich ein Meister der Materie des Rülpsens bin, habe ich in diesem Kanal Trailer vor, die ganze Zeit durchzurülpsen. Und damit es klappt, habe ich mir Unterstützung geholt. Und zwar, Brommelwirbel, bitte, von BilligCola. Mal schauen, ob ich die in diesem Kanal Trailer auch austrinken werde. Ich glaube nicht. So einen großen Durst habe ich eigentlich nicht. Aber BilligCola hilft dabei, richtig geile Rülpser rauszuhauen, weil da extrem viel Kohlensäure ist. So. Die BilligCola wird aufgemacht. BilligCola hat sehr viel Kohlensäure. Das wird man auch an den Rülpsern. Da werden bestimmt noch ein paar so geile Rülpser noch kommen. Oh, der kam sauer hoch. Die Macht von BilligCola. Da kommen immer solche Hammer Rülpser raus. Die Macht von BilligCola. Da kommen immer solche Hammer Rülpser raus. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ah, 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 ah. So, das war's jetzt auch von meinem Kanal-Trailer. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heiß ist. Wartet noch, vielleicht kommt noch irgendein Rülpser. Ah, ah, ah.